Wie Sie sehen, sehen Sie nix. Das ist dann mehr so ein komödiantem Stadel. Gucken Sie mal da unten. Da ist der zweite Kerl vom Dreh-Team. Jetzt rennt er weg. Lauf! Lauf, du Sau! Jetzt wieder zu spannenden Sachen. Hey, die fangen ja schon an. Lutzela hat gut zu tun, hinter diesen Schild zu kommen. Aber sie hat auf jeden Fall den stylerischen, steilischeren Federbusch. Nämlich, sie hat einen... ...er chimisch. Ja, netter Versuch. Was willst du? Kilometergeld. Kilometergeld? Du kriegst maximal Metergeld bei denen ein bisschen. Oder Höhenmetergeld, wenn du die Treppen mit reinnimmst. Und die sind steig. Kuss! Na ja. Kuss! Kuss! Ich hab schon gesagt, sie hat ja auch den threidischeren Federbusch. Kuss! 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 Setz dich hin, du keuchst ja wie eine Diesel. Ja, ne, im Ernst, hinsetzen jetzt, ey. Na gut. Setz dich hier hin, das ist doch wasch. Ja, scheinbar ist bloß im Flügel. So, jetzt komm wieder hoch, aber du musst das einfach mal kurz in Lüsen und Luft schnappen, Mensch. Und zwar hier mit dem 180er-Puls stehen. Wenn du hier umkippst, wie soll ich mich da wiederbelegen? Das Ding ist nicht mal lang genug, um dich in eine stabile Seitenlage zu kriegen. Und nochmal auf das 2-Fort-Card. Soll ich dir jetzt wirklich die Körperteile sagen, wo ich das anschließen müsste, damit es einen Effekt hat? Du kannst es mir zeigen. Leute, ey, was macht man nicht alles für die Kunst? Alter. Alter. Ne, aber richtig selbstbewusster Stemmschritt nach vorne und dann... Nimm das! Pfff! Ja, und wie habe ich das Gefühl, du ziehst du aufs Channel langsam her? Herrig, sagt mich! Für den inneren Dutzelag. Das hat scheinbar was gebracht. Yes! Ja!